Yeah, Hamburg City, 23 Schmucke Digger, meine Leute, Santino, hohen Frieden, es hört nicht auf, niemals, macht alles was ihr wollt, es hört niemals auf, wir scheinen Digger, Planete Erde, wo Leute für Mach und Kohle sterben, ist wo ich lebe, Seele liegen täglich hier an Schermen, entscheide was willst du werden, ein Eider oder ein Macher, ist keine Metapher draußen, kriegst keine Zeit für dein Gelaber, misch dein Ort mit Tabak und enalias die Kombination, anstatt eins zu holen, liegst du high voll auf dein Arsch, Senior, deine Meinung ist nix wert, weil du nix ernst nimmst, du machst nix mehr als Kind, außer dich zu beschweren, die Langeweile ist der Spielplatz von den Teufeln, sei nicht die nächste Beute, käst es in Feinde und Freunde, sogar bei deiner eigenen Familie, siehst du den Neid in den Augen, kannst nicht mal deinen Schatten vertrauen, ich meinte, Langeweile ist der Spielplatz von den Teufeln, sei nicht die nächste Beute, käst es in Feinde und Freunde, sogar bei deiner eigenen Leuten, siehst du den Neid in den Augen, kannst nicht mal deinen Schatten vertrauen, was ist los? Party Leute, habt ihr gute Laune, meine Locos am Start und meine Mamis, was geht ab, hebt die Flaschen in die Luft, wir stoßen an jetzt, du kannst es ja sehen, sie wollen sein, so wie wir sind. 13 die geschnittenen Nasen in Ägypten, Pyramiden in Dollar, Schäfchen und weiße Pharaonen Filme, Leute, die Stunden im Netz verbringen, und Rüßler zu beleidigen, die Zeit so vertreiben, um ihr Hass zu verbreiten, Leute, die dir nichts, werden dich ins Gesicht an lächeln, doch wenn du dich umdrehst, würden sie dich abschleißen, dunkle Seelen, die nur leben, wenn andere verreiten, wegen Neid kriegt es ein Ding und gibt es ein Essen, jetzt ist dein Himmel, kannst dich aus meinem Kopf kriegen, scheiß Parasiten verbreiten sich, so wie Schimmel, Leute killen dich für Materielles mit schwarzer Magie, andere direkt ab im Messer ziehen oder Schüsse fliegen, was ist los? Pari Leute, habt ihr gute Laune, meine Locos am Start und meine Mamis, was geht abhebt, die Flaschen in die Luft, wir stoßen an jetzt, du kannst es ja sehen, sie wollen sein, so wie wir sind. Was läuft hier eigentlich? Hürgen Sie, die Waffe hat er... Sie waren doch an dem Karton, was ist drin? Denn ich beneide sie um ihr normales Leben, offenbar ist Neid meines Erachtens. Nein, was ist in dem Karton? Jetzt müssen Sie mir die Waffe nehmen. Was verdammt normal ist da drin? Geben Sie mir den Revolver. Sagte ich eben doch gerade eben. Du lügst, du bist ein mieser Lügner!